Arc 4 Evolved 6 steht vor der Tür und auch für die PC-Spieler gibt es eine neue Map. Und was das alles bedeutet, jetzt in diesem Video. So, für die, die es nicht kennen, Arc 4 Evolved ist das Halloween-Event von Arc bzw. von Wildcard. Das Ganze findet statt vom 19. Oktober bis zum 2. November und das könnt ihr auf euren Servern eben manuell einstellen. Im Singleplayer müsste das theoretisch automatisch eingestellt sein, bin ich zumindest der Meinung. Aber wenn ihr die Hürde geschafft habt, dann gibt es neue Spooky Encounters, wie es heißt, ja. Der Dodorex kommt wieder ins Spiel, ist ein unzähmbarer Boss. Wir haben den Dodo-Wivern, ebenfalls unzähmbarer Boss. Wir haben den Zomb-Dodo, wir haben den Zombie-Fire-Wivern, Lightning-Wivern und Poison-Wivern. Und das Coole ist, dass die Claimable sind. Das heißt, die kann man also zähmen bzw. sagen, du gehörst jetzt mir. Und das Schöne ist daran, dass sie auch nach dem Event noch da sind. Dann würde es verschiedene Skeletal-Varianten geben. Also Giga, Quetz, Jeboa, Bronto, Stego, Trike, Raptor, Rex und Kano. Wenn also alle in einem Knochenkostüm daherkommen. Und dann gibt es noch den Bone-Fire-Wivern, wie auch immer der aussieht. Aber Bone-Fire, Knochen, Feuer, vielleicht brennt der einfach. Außerdem kommen dann noch verschiedene Geist-Varianten ins Spiel. Der Ghost-Reaper, Bulb-Dog, Rex, Basilisk, Snow-Owl, Mantis und Direwolf. Außerdem wird es verschiedene Adventure-Beats geben. Und die könnt ihr dann eben erlangen, dadurch, dass ihr den Dodo-Wivern oder Dodo-Rex killt. Oder in einem Kochtopf durch ein Rezept müsstet ihr euch dann angucken, was ihr da genau für braucht. Aber es ist der Desmodus, der Vulture, der Anglerfisch, Araneo und der Spooky, Vibe-Dog, den ihr bekommen könnt. Dann wird es verschiedene Ghost-Skins geben. Das heißt, die könnt ihr dann auf eure Kreaturen ziehen. Für den Reaper, Vibe-Dog, Rex, Basilisk, Snow-Owl, Mantis und Direwolf. Also im Wesentlichen alle Skins, die auch als Ghost ins Spiel kommen. Und die kriegt ihr dadurch, dass ihr Ghost-Creatures killt. Außerdem wird es noch verschiedene Event-Items geben. Wir haben einen Kürbis, wir haben dann einen Grabstein, eine Vogelsträuche, einen Dino-Knochen und Dino-Candy. Verschiedene Emotes kommen ins Spiel rein, die ihr ebenfalls über den Kochtopf erlangen könnt. Scare-Emote, Knock-Emote, Zombie-Emote, Dance-On-Panic-Emote. Und dann noch verschiedene Event-Skins, die ihr ebenfalls wieder über den Kochtopf erlangen könnt. Verschiedene Swimsuits, verschiedene Kostüme für euch und euren Charakter. Und neue White-Creature-Colors kommen mit ins Spiel und davon sind insgesamt neun neue Farben dabei. Da könnt ihr euch auch so drauf freuen. Und wenn ihr wollt, dass wir uns das Ganze nochmal angucken, wenn das Ganze draußen ist, einmal in die Kommentare schreiben, dann machen wir das. Außerdem gibt es noch eine neue Maps und da können sich jetzt wieder die PC-Spieler und vor allem Steam-Spieler drauf freuen. Weil Consoleros und Epic-Game-Spieler schauen mal wieder in die Röhre. Sva-Fight-Heim heißt das Ganze und das Ganze ist eine. Und das Ganze ist eine Map, die von Zwergen inspiriert ist. Wir haben hier 33 Quadratkilometer Landschaft voller Mysterien, wie es hier heißt. Und das Besondere ist hierbei, ist es eine No-Fly-Map. Und es spawnt dann eben auch die Flugtiere noch nicht mal. Es kommen neue Ressourcen ins Spiel, wie Pures Gold, Mitril und vieles mehr. Neue Gegner, wie Zwergenkrieger und neue Alpha-Dino-Varianten, die dann mehr und besseren Loot dropen sollen. Aktuell ist die Map zu 40% fertig. Und was hier noch geplant ist, sind mehr Höhlen, mehr Alpha-Varianten und Schneebium. Ein riesiges Höhlen-System, mehr Bosse und neue Boss-Arenas. Wie gesagt, Steam-Spieler können sich freuen. Ich hau euch den Link zur Map in die Kommentare. Könnt ihr euch runterladen und selbst testen. Wenn ihr aber wolltet, dass wir uns das Ganze nochmal auch auf meinem Kanal angucken, ein kleines Review vielleicht dazu machen. Lohnt sich das Ganze überhaupt? Oder was verpasst man da auch vielleicht als Konsolen- und Epic-Gamespieler? Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren. Wenn du wissen willst, ob ARK 2 überhaupt noch was mit ARK zu tun hat oder ob ARK 2 ARK einfach komplett zerstören wird, dann kann ich dir jetzt das Video hier auf dem Bildschirm empfehlen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.